Brust raus, hinterm Bein und die Schultern zurück. Die Elbungen sind gebeugt, leichte Körschenhaltung, Mittelfinger und Gaumen zeigen nach oben. Und spannen. Erste Position. Arm nach oben. Und zur Seite. Zweite Position. Spannend in den Händen. Ja, von Seiten nach außen, wo man genau. Und jetzt rück zu erden. Noch mal. Nach vorne. Und zur zweiten. Schau den Arm hinterher durch den Weg. Und noch mal runter zur Erden. Arm nach oben. Und jetzt geht nur ein Arm zur Seite. Schau den runter her. Dritte Position. Und der Arm geht zur zweiten Position auch nach außen. Und Erste Position. Noch ein bisschen. Erste Position. Arme nach oben. Einer geht zur Seite. Dritte Position. Andere ab. Zweite. Erste. Also geht's. Das ist eine 66- divin. Das ist eine 65-25-2-1-2-2-1-3-2-3-2-4-5-7-6-7-7-7-7-7-9-7-7-7-7-3-7-7-7-8-7-6-7-7-8-8. Vielen Dank.